Oh, Leute, ich habe euch gar nicht gesehen. Ich war beschäftigt damit, Freedom BMX auf YouTube zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Naja, auf jeden Fall, Simple Session 2022 Best Trick Contest. Ich habe ja mein Fahrrad leider nicht dabei. Das heißt, alles ist noch offen. Ich kann nicht mitmachen. Ich habe schon so ein paar Favoriten. Wer hier den besten Trick raushauen könnte, schreibt mal euren Favoriten jetzt in die Kommentare rein und viel Spaß. Ich habe es geschafft, Leute, ich habe es geschafft. . 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